Vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte und für das herzliche Willkommen, lieber Herr Prof. Liggesmeyer, Herr Prof. Herrmann, lieber Herr Sattelberger, Herr Dowling, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, es ist in der Tat schön, diese Zuständigkeit zu haben und in aller Regel sind es ja auch Veranstaltungen, wo viel gute Laune ist und viel so Aufbruchgeist und das macht natürlich auch Spaß, dass das nicht so eine Depressivveranstaltung ist, das finde ich auch. Und das scheint mir ja heute hier auch so zu sein. Das Thema Ihres Kongresses ist Lust auf Gründungen im MINT-Bereich wecken. Also sowas so ausdrücklich auszuschreiben, finde ich eine super Idee. Ich würde vorschlagen, Herr Herrmann, Sie nehmen das mal mit zur nächsten Rektorenkonferenz und schlagen das vor, dass man das deutschlandweit doch mal veranstaltet und nicht nur hier in Garching, wo es natürlich ein guter Ort ist, um gemeinsam über dieses wichtige Thema zu diskutieren und das Ganze eben auch im Kontext von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben ja, meine Damen und Herren, das muss ich Ihnen nicht sagen, Sie sind ja im Zweifel viel fachkundiger als ich, eine extrem rasche technologische Entwicklung im IT-Sektor und das eröffnet für Unternehmen eben auch ständig neue Herausforderungen. Diese Unternehmen müssen sehen, dass sie ihre Produkte ständig erneuern im Zweifel und dass sie vor allen Dingen Dienstleistungen anbieten, die sich aus diesen Produkten ergeben und sie müssen auch sehen, dass sie die Produkte hinreichend smart entwickeln, damit sie auch die entsprechenden Daten sammeln können, damit sie dann eben auch wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Und bei all diesem Vorgang oder dabei können Start-ups eine extrem wichtige Rolle spielen. Denn Start-ups, meine Damen und Herren, haben natürlich einen anderen Zugang zu Technologie, zu Themen, zum Ausprobieren, zu Neuem als das etablierte große Unternehmen tun können und haben können. Also eine Lufthansa, ein Bosch, ein Airbus, ein VW, ein Daimler, die sind halt strukturiert in einer, ja auch die Telekom übrigens, sind halt strukturiert in einer ganz bestimmten Form, haben eigene Entwicklungsabteilungen und für die ist es dann natürlich auch schwierig zu sagen, ja, da haben wir jetzt irgendwie keine Idee gehabt, während jemand draußen vielleicht eine Idee hatte, die für das Unternehmen gut gewesen wäre. Deswegen ist es so wichtig, dass etablierte Unternehmen mit Start-ups zusammenarbeiten, dass man sich kennenlernt, dass man sieht, was für Lösungen außerhalb entwickelt werden und das ist einer der Themenbereiche, dem ich mich und dem sich das Haus vor allen Dingen auch in dieser Legislaturperiode besonders widmet. Wir meinen eben, dass junge, agile Unternehmen Innovatoren sind, dass sie der künftige Mittelstand sein werden und nicht umsonst und wie ich finde auch mit Recht reden wir ja heute nicht nur davon, sondern es ist auch tatsächlich so, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und wir müssen sehen, dass wir diesen Mittelstand weiterentwickeln, deshalb auch mit Start-ups zusammenbringen, weil gerade mittelständische Unternehmen, die heute überwiegend volle Auftragsbücher haben in Deutschland, oft nicht die personelle Kapazität haben, um sich mit der Frage zu beschäftigen, was tut sich da eigentlich jenseits unseres täglichen Geschäftsumfeldes. Die sind mit Abarbeiten beschäftigt und deswegen sind wir so dabei und engagiert darin zu sagen, hier ihr Mittelständler guckt mal, was es da gibt, was man machen kann. Das machen wir auch, indem wir sie mit Start-ups zusammenbringen, das machen wir aber auch, indem wir bundesweit zehn Kompetenzzentren gegründet haben für Industrie 4.0 und ein Kompetenzzentrum für das Handwerk und wo wir jetzt in Zusammenarbeit mit den ganzen Industrie- und Handelskammern gucken, dass wir die Mittelständler auch tatsächlich dahin kriegen, dass es da Veranstaltungen gibt, dass es Ideen gibt und man sagen kann, guckt euch an, wie so ein Produktionsprozess laufen kann. Das muss nicht eins zu eins bei euch passen, aber vielleicht könnt ihr das eine oder andere für die Produktion rausnehmen und wenn nicht für die Produktion, dann vielleicht für die Logistik oder anderes. Das ist unser Ziel. Meine Damen und Herren, Herrmann hat es eben kritisiert, wir haben so ein bisschen wenig Gründerkultur in Deutschland, war nicht immer so, wenngleich die Zahlen vielleicht auch früher schon so waren, als die großen Gründungen in Deutschland stattgefunden haben. Das weiß ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht. Wenigstens stellen wir fest, dass sich von 1995 bis 2015 die Zahl der Gründungen deutlich reduziert hat. Wir haben von allen Gründern knapp 50 Prozent im Dienstleistungsbereich, also auch nicht im produzierenden Bereich. Da gehören dann die ganzen freien Berufe dazu, zu diesem Dienstleistungsbereich und deswegen ist die Zahl da relativ hoch. Warum das in Deutschland so schwierig ist mit den Gründungen? Ich glaube, es gibt keine eindimensionale Antwort darauf, sondern man muss halt überlegen, was kommt alles zusammen. Ich denke, ein wesentlicher Punkt ist, dass Deutschland einen wirklich guten Angestelltenmarkt hat. Wer auch immer heute sein Studium abschließt, findet bei allen großen und auch interessanten deutschen Unternehmen sofort einen Job. Also gerade im MINT-Bereich. Das ist überhaupt gar kein Problem und wenn man dann weiß, man ist in einem Unternehmen, man hat sein gesichertes Einkommen, man hat sein freies Wochenende und kann sich vielleicht noch in der Familie oder im Verein engagieren, dann ist das natürlich auch eine gewisse Attraktivität, was Lebensqualität anbelangt. Es ist natürlich auch immer ein finanzielles Risiko, sich selbstständig zu machen und das ist auch in Deutschland mit dieser sogenannten Kultur des Scheiterns ja nicht so weit her ist, das wissen Sie auch. Von daher wird das von vielen auch gescheut. Und Herr Herrmann, als ich Ihre Einführungsworte gehört habe, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es zu viele Möglichkeiten gibt, in Deutschland als Professor quasi unternehmerisch tätig zu sein. Denn man hat dann natürlich beides. Man hat die Sicherheit des Professorengehalts und kann darüber hinaus auch noch sich den Herausforderungen der Selbstständigkeit stellen. Also Sie können ja auch mal überlegen, was Sie meinen, was die Gründe sind. Wenigstens ist es so, dass es ja keine so eine richtig begeisterte Kultur der Selbstständigkeit gibt und dass wir heftig daran arbeiten, das herzustellen, auch im Bundeswirtschaftsministerium über die verschiedensten Dinge, beispielsweise auch mit einer Initiative Frauen gründen, wo wir Gründerinnen 160 oder 180 an der Zahl deutschlandweit in Schulen und Universitäten bitten, um dort Vorträge zu halten und quasi als Rollmodel sich vorzustellen, um auch Frauen zu zeigen, dass es ganz gut geht mit dem Gründen, denn Frauen gründen ja noch mal sehr viel weniger als Männer. Das ist ja sowieso auch richtig. Also insgesamt ist das zu niedrig, dieses Gründungsgeschehen in Deutschland und deswegen arbeiten wir da dran, auch mit staatlicher Unterstützung. Was machen wir? Wir bemühen uns speziell auf Start-ups, ausgerichtete Maßnahmen zur Förderung, eingebettet in ein umfassendes Beratungsangebot, weil wir glauben, Geld alleine macht es auch nicht, sondern man muss den Menschen auch erklären, wie es funktionieren kann und ihnen helfen. Ich glaube, was wir zuallererst brauchen aber, um das auch attraktiv zu machen, nicht nur für Deutsche, sondern auch für Jugendliche aus dem Ausland, die wir ja auch zunehmend haben, die nach Deutschland kommen, um zu gründen, gerade in Berlin als der Gründerhauptstadt oder Start-up Hauptstadt, aber sicherlich auch hier in München und in anderen Städten. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eine attraktive Stadt hat, dass man ein gutes Angebot hat an Coworking Spaces oder an sonstigen Möglichkeiten, wo man hingehen kann auch am Anfang, dass man entsprechende Labs zur Verfügung hat, wo man die Gerätschaften ausleihen kann zum Ausprobieren und sich nicht erst mal das gleich alles drucken muss. Also das sind die Voraussetzungen, die aber ja, wir haben es hier von München gerade gehört, aber die auch in Berlin natürlich oder im Ruhrgebiet oder in Frankfurt natürlich entsprechend vorhanden sind. Dann brauchen wir die Fördermaßnahmen. Das Exes Gründerstipendium ist schon genannt worden. Das ist, glaube ich, unser Brot- und Buttergeschäft und der absolute Renner bei diesen Unterstützungen. Das Gründerstipendium gilt für Studierende, für Absolventen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ziel ist die finanzielle Absicherung in der Vorphase der Unternehmensgründung und auch eine Qualifizierung zum unternehmerischen Denken und Handeln. Bis zu drei Personen werden gefördert. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sagen kann, wir machen hier was gemeinsam. Bis zu drei Personen werden gefördert für ein Jahr mit einem Stipendium und das sind dann 1.000 Euro pro Student, 2.500 Euro im Monat für Absolventen und 3.000 Euro im Monat für Promovierte. Davon, glaube ich, kann man schon einigermaßen leben. 30.000 Euro Sachmittel gibt es noch für die Ausgründung und 5.000 Euro Coachingmittel für allfällige Beratungsmaßnahmen, die anfallen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Gründungsidee einen wissenschaftlichen Bezug besitzt und die Entwicklung eine Produkt- oder Prozessinnovation beinhaltet. Und wir haben dieses Programm auch ordentlich finanziell ausgestattet. 17 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Das heißt, wir können bis zu 200 technologieoffene Vorhaben damit jedes Jahr finanzieren. Das andere, was wir jetzt machen, um noch einen Anreiz zu setzen für junge Unternehmen, ist ein Gründerwettbewerb Digitale Innovation. Den werden wir am nächsten 1., also am 1. Juli starten. Das ist eine Weiterentwicklung des Vorläufers IKT Innovativ. Den kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen. Wir nennen ihn jetzt anders. Gründerwettbewerb Digitale Innovation. Damit wollen wir innovative Unternehmensgründungen prämieren, die auch auf Informations- und Kommunikationstechnologien basieren. Wir haben bei diesem Wettbewerb eine sehr hohe Erfolgsrate, was die Überlebensdauer der Start-ups anbelangt. Sie wissen ja, 80, 90 Prozent scheitern denn dann doch auch. Wir haben eine umgekehrte Überlebensrate. Wir haben 90 Prozent, die in den ersten drei Jahren überlebt haben von den Preisträgerinnen und Preisträgern dieses Wettbewerbs. Ein Erfolgsbeispiel ist der Preisträger Panono, der eine Wurfkamera konzipiert hat mit horizontalem und vertikalen Rundbild. Also so eine Art Ball, den man so hochwirft und der dann Bilder macht. Und Protonet, die einfach zu administrierende Unternehmensserver entwickelt haben. Beide Unternehmen haben, nachdem sie den Preis bekommen haben, inzwischen Finanzierung über konventionelle Risikokapitalgeber oder Crowdinvesting. Dieser Wettbewerb, den wir jetzt ausschreiben, wird bis zu sechs Hauptpreisen zur Verfügung stellen und 15 Nebenpreise. Es gibt auch hier ein breites Unterstützungsangebot für Coaching und Qualifizierung. Und es gibt Vernetzungstreffen wie den Kongress Junge IKT Wirtschaft mit der parallel verlaufenden Gründermesse, wo man dann daran teilnehmen kann. Es gibt natürlich auch ein paar Änderungen zum Vorläufer. Und das ist vor allen Dingen ein inhaltlicher. Wir haben ein bisschen neue Ziele gesetzt, weil wir auch den Themenbereich E-Health, IT-Sicherheit oder digitale Bildung adressieren wollen. Da haben wir Sonderpreise für ausgelobt. Also welches Start-up hier im Raum sich in dem Bereich tummelt, herzlich eingeladen. Und wir wollen durch differenzierte Bewerbungsverfahren Potenziale bei gründungswilligen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Unternehmen ansprechen. Also Menschen im Betrieb, die sich vielleicht überlegen, ob sie sich nicht doch aus dem Betrieb heraus selbstständig machen sollten. Kann ja sehr gut funktionieren. Und auch bei Frauen nochmal speziell motivieren dadurch. Und dann wollen wir natürlich die Gründerinnen und Gründer auch wieder zusammenbringen mit etablierten Unternehmern. Auf der CEWE 2017 wird es die erste Preisübergabe geben. Vielleicht sind Sie dann dabei. Wenn Sie rauskommen aus der Tür links, gibt es einen Stand des Bundeswirtschaftsministeriums. Da können Sie sich genauer informieren über die Teilnahmebedingungen. Wenn Sie ein Stückchen weiter gehen, gibt es einen Stand vom German Accelerator. Das ist auch ein Förderprogramm für junge Startups, das wir machen. Und zwar werden junge Menschen, die hier schon gegründet haben, finanziert, damit sie drei Monate in die Vereinigten Staaten gehen können. Entweder ins Silicon Valley nach New York oder für den Life Science Bereich auch nach Boston, um dort Kontakte zu knüpfen und zu gucken, wie die Techie- und Startup-Szene in den Vereinigten Staaten läuft. Auch ein Programm, was sehr erfolgreich ist und was ich den Startups im Raum auch nur empfehlen kann, sich mal genauer anzugucken, wenn sie sich ausräumen wollen in die Vereinigten Staaten, ist das gut. Natürlich haben wir als Fördermaßnahme auch den Hightech-Gründerfonds, den German Accelerator nannte ich gerade, und Invest. Mit diesem Hightech-Gründerfonds gibt es auch Finanzierungen und Investorennetzwerk und Coaching. Das Volumen werden wir jetzt erhöhen auf drei Millionen Euro. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Den Accelerator hatte ich schon gesagt. Und das Invest-Programm bauen wir aus. Es wird künftig auf Investitionen von Privatpersonen in Wagniskapital von bis zu 500.000 Euro im Jahr, einen Zuschuss in Höhe von 20% der Investitionen und eine Erstattung der Steuer auf Veräußerungsgewinne von Invest-Anteilen geben. Also für diejenigen, die da investieren wollen, die sollten sich das genauer anschauen. Frauenunternehmen ist unsere Initiative, mit der wir Frauen speziell ermuntern wollen. Ich hatte schon gesagt, dass wir Vorbildunternehmerinnen haben, die in Schulen und Hochschulen gehen. Wir machen ein Gründerfrühstück, wenn Frauen bei Ihnen dabei sind, die Interesse haben, daran teilzunehmen. Dann geben Sie mir anschließend bitte Ihre Visitenkarte. Wir laden Sie dann das nächste Mal ein. Also, meine Damen und Herren, das sind jetzt so ein paar Beispiele dessen, was der Staat tut, um das Gründergeschehen in Deutschland anzutriggern, und zwar auf Bundesebene. Herr Herrmann hatte schon erwähnt, wie viel die Länder tun. Selbstverständlich machen die auch alle in ihrem Bereich irgendwas. Und es gibt, das muss man ja auch sagen, inzwischen fast alle großen Firmen Deutschlands sind dabei, haben eigene Zentren gegründet, wo sie Start-ups ansiedeln. Da hat sich eine Menge verändert in den letzten drei Jahren. Deswegen ist mir, ehrlich gesagt, nicht bang, um die Start-up-Szene in Deutschland. Und der Föderalismus, glaube ich, hat hier auch mal positive Auswirkungen, denn alle Bundesländer bemühen sich untereinander, da doch auch eine ordentliche Start-up-Szene hinzubekommen. Insofern kann ich all denjenigen von Ihnen, die heute hier sind, weil sie gründen wollen oder weil sie gerade gegründet haben, nur raten, informieren Sie sich über die vielfältigen Förderangebote, die es gibt auf Bundes-, auf Landesebene, durch andere große Firmen und ähnliches mehr. Und vernetzen Sie sich heute gut, auf das es dann alles auch zum Erfolg führt. Applaus Applaus Vielen Dank.